Stell dir mal vor, wir könnten CO2 in Kartons packen. Ja, ich weiß, CO2, das ist ein Gas und das ist unsichtbar. Könnten wir es aber trotzdem in Kartons packen, bräuchten wir für nur 100 Gramm einen ganzen Umzugskarton. Du, weißt du eigentlich, wie viel CO2 du in einer Stunde erzeugst? Wir stoßen CO2 immer dann aus, wenn wir heizen, Strom verbrauchen, einkaufen oder mit dem Auto fahren. Jeder Flensburger verursacht 10 Kartons in einer Stunde. So entstehen in Flensburg jedes Jahr 8 Milliarden Kartons CO2. Wenn wir weiter so machen, schmiert das Eis an den Polen und der Meeresspiegel steigt. Dann sollten wir Flensburger gut schwimmen können. Du kannst was tun. Mach mit beim Klimapakt Flensburg. Der Klimapakt ist ein Verein von Flensburger Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen. Und die setzen sich für den Klimaschutz ein. Wenn wir alle mithelfen, ist unsere Stadt bis 2050 CO2 neutral. Schau mal hier. Schau mal hier. Schau mal hier. Schau mal hier. Untertitelung des ZDF, 2020